Jawoll, Krieger gilte. So, weg mit dir. Nervensäge. So, noch ein Gathaus und dann sollten wir gleich mal für... ...Geldeinkommen sorgen. With pleasure. Markel? 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 Ja, da sind ein paar viele Elfen da. Markel? 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 Sind wieder viel zu viele Elfen gerade. Und jetzt stehen sie sogar zu weit weg um mein Gathaus. Ey, ernsthaft klaut der von mir Zeug? Meine Werte ist nicht in den Karten. Ihre Majesty, eine neue Gebäude ist complete. Pass, Collector. Halt! Ich bin die Wilds. Ich muss mir doch mal einen Guide zu dieser Mission durchlesen. Versuchen wir doch lieber Dear with the Demon. Ich hoffe, Sie haben ein Plan. Ja. 100.000 Gold in 40 Tagen. Das ist eher machbar. Machst du die Sachen billiger? Nö, keine Ahnung. Ach, ich hab da hinten eine Schmiede. Und deine Warrior Kill. Okay. Ähm, ja. Dann wir starten für gleich mal. Das hab ich nämlich nicht gecheckt. Gut. 10.000 Ocken. Die dürften wir eigentlich zusammenkriegen. Die dürften wir eigentlich zusammenkriegen. Hier auch wieder mit Inns arbeiten. Die Rückstärkung sind jederzeit. Die Prophäre, der Gastanne ist gesetzbar- Mugw ¿Saggst ihr? Das ist eine große Rolle. Meine Schmiede ist nicht Timexperre. Meine Schmiede sind es mit der Liste. Die Schmiede steigend ist. Die Schmiede sind nicht von der Liste. Ihr könnt euch mit Todes kommen? Ja, Kryptapriesterinnen sind gar nicht mal so schlecht eigentlich. So, erstmal ordentlich Geld ausgeben. In den ersten Tagen. So, ab Tag 10 sollten wir gucken, dass wir so viel wie möglich von der Karte aufgedeckt haben. Nach dessen packen wir mal die Krieger und die Ranger-Gilde voll. Ich hab' früher gedacht, dass wir sie nicht rechtzeitig totkriegen. Da hat's jemand direkt schon mal auf meinen Text-Collector abgesehen. Das ist der Dark Soul, ja. Das ist der Dark Soul, ja. Dass wir mal so mutig sind und direkt in den Nahkämpf gehen müssen, die Kryptapriesterinnen. Das ist auch Blödsinn, nee. Und ja, man sieht, die Inns produzieren gutes Geld. Der Text-Collector muss es nur abholen gehen. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Das war... Ach du meine Güte, die sind jetzt aggro, weil keiner mehr da ist, um auf sie aufzupassen. Diepe? Und noch eine Rock-Gilde. Und noch eine Rock-Gilde. Und noch eine Rock-Gilde. Die Demis-Gilden da oben könnten halt Probleme verursachen. Ein Wehrwolf. Ah, warum müsst ihr immer weglaufen? Was seid ihr für Helden? Ja. Evil Castle. Da oben ist so... Das ist so gut. Das ist so gut. Die Verstüge ist... Ich meine Güte, das neue Benutzen ist, was ich ... Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich zweifle gerade ernsthaft an der Nützlichkeit meiner Helden. Dankeschön. So. Ich kann noch keinen Außenposten baue, also Trading Post bauen, weil ich noch kein keinen Marktplatz habe. Okay, ist legitim. Kann sich jemand mal um den Troll dahinten kümmern. Gegen was habt ihr verloren? Gegen den Gnomen-Goblin-Priester. Das war mein Wachtturm hier. Nee, ich darf doch nicht auf dem Marktplatz am Anfang verzichten. Das ist blöd so. Jetzt starten wir noch mal das Ganze. Gucken mal, wo jetzt unser Zeug alles steht. Die Warrior Guild ist jetzt wieder weiter weg. Okay. 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 Okay.